Hallo, herzlich willkommen auf der Brau dieses Jahres. Mein Name ist Carola Unterländer. Ich bin heute im Bereich Personalmarketing und Bewerbemanagement bei der Kronis AG. Und wir sind natürlich auch froh, dieses Jahr personalseitig auf der Brau mit vertreten zu sein. Wir wollen einfach Studenten, Interessenten an der Kronis AG als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um alle möglichen Fragen und den Kronis als Arbeitgeber beantworten zu können. Also alle, die noch unterwegs sind, sind herzlich willkommen vorbeizugucken. Wir sind noch bis heute 18 Uhr am Stand und auf den Stand anzuschauen lohnt sich auf alle Fälle. Es ist eine tolle Gelegenheit, den Einblick in die Kronis Welt zu bekommen und macht auf alle Fälle sehr viel Spaß.